ja hallo ihr lieben heute gibt es eine coverversion von frank sinatra das ist für mich eine absolute premiere zum einen habe ich seit sieben bis acht jahren nicht mehr richtig gesungen also nicht mehr öffentlich gesungen und auch sonst so privat oder in einem chor war auch relativ wenig also ich hatte im prinzip wenig vorbereitung bin auch was man zwischendurch mal merkt ein wenig unsicher was den text angeht habe also gleich mal den übergang von der zweiten strophe zur zwischenstrophe ein wenig versemmelt fange mich dann aber wieder und auch mit dem keyboarder und dem bassisten habe ich noch nie gemeinsam musiziert wir haben vorher auch nicht geprobt die einzige absprache war welche tonart wir nehmen das ist für mich stimmlich auch einigermaßen darstellbar ist ja ansonsten sind wir mehr oder weniger ins kalte wasser gesprungen und haben ungeprobt das ganze live vorgeführt mit ein wenig publikum und was dabei auskommt das seht ihr das ist wieder ein kontrastprogramm ein kleines zwischenstückchen alles Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.